ist egal was ist es drin was ist das denn was bist du denn für eine missgeburt man hallo leute und herzlich willkommen bei einem kleinen dämliches spiel das heißt der wirklich organisierte dieb ja noch nicht angespielt schaue einfach mal wie das ist aber mal schauen okay wir sind in einem haus und bitte lass kein haus spiel sein also in einem haus drin also wir können uns mit wir als die fortbewegen shift ist rennen akku ist eine dings liste länder laptop länder ist ein mixer mal gucken ob wir hier was ist das denn keine ahnung was es ist machen wir die tür auf aber sind in der küche da können wir uns vielleicht den mixer auch holen so machen wir an aus wo sind hier der mixer der ist doch in der küche drin oder net sind wir schon dran vorbeigelaufen ja wo kann man denn so ein kack mixer hinstellen man aber gilt immer gut okay demolieren wir erstmal alles gibt bitte lasst nicht Familie! Da steckt uns hier im Trank! Da kommt jemand! Nein! Da kommt jemand! Oh nein! Hoffentlich findet der uns nicht im Trank! Da läuft jemand! Er ist hier! Ich höre ihn! Wo ist er? Also bis jetzt war noch nicht ein Schlafzimmer! Bitte lasse ich nicht reinkommen! Das ist so geil in dieses Scheißspiel! Aber was soll das sein? Wo ich dreckige Klamotten habe? Er ist da! Er ist da! Er ist da! Nein! Ahaha! Da ist irgendetwas! Was ist das? Der Heini! Oder Tussi! Keine Ahnung was das ist! Komm ich renne raus! Ah! Was ist das für ein Mist Viehmann! Mann! Oh Mann! Was ist das für ein Kackspiel? Wir spielen noch eine Runde! Wir spielen noch eine Runde! Wir werden angestupst! Aber wir spielen noch eine Runde! Unsere Liste! Unsere Liste ist... Ein Radio... Kettel... Wir werden uns erstmal hier um diesen komischen Goldbarren erstmal kümmern! Hier oben! Kack! Badezimmer! Wir müssen alles einstecken! Kann was wir brauchen! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Geld kann man immer einstecken! Du Lappen! Ich will das Geld haben! Aha! Oh, Mist! Ein Tresor! Scheiße! Ich will das niemals! Ich gehe zu dir! Aha, gut! Ich gehe zu dir! Das ist noch nicht! Das ist für mich! Ich gehe zu dir! Ich gehe zu dir! Ich gehe zu dir! Auslachen. Ach, keine Ahnung. Shit. Jetzt werde ich mal wieder angestupst. Philipp, ich bin im Aufnahmeraum. Wir rennen hoch. Wir sind wieder in einem kleinen Schrank. Ist das nicht schön? Und wir haben nichts erbeuten können bis jetzt. Er kommt heim. Er kommt heim. Das ist wie eine Scheiße. Och, Mann. Aber eigentlich, warum findet der Heini mich immer im Kleiderschrank? Theoretisch könnte er mich gar nicht finden, wenn er jetzt ins Schlafzimmer geht. Wir werden einfach so lange stehen bleiben, wie wir können. Nein. Also, ich habe eine Taschenlampe ja in der Hand, ne? Warum kann ich diesen Heini denn nicht diese Taschenlampe über den Schädel ziehen? So, das ist er verreckt. Er will eigentlich wissen, dass ich immer im Schrank bin oder so. Er weiß sofort, ich bin im Schrank. Ich sage es euch, Leute. Ich sage euch, Leute. Er weiß, dass wir im Schrank sind. Er kommt jeden Augenblick hier rein. Ich höre Schritte. Es wird lauter. Diese Scheißuhr, die geht mir auf den Sack. Wir werden jetzt so lange nicht in diesem Scheißschrank bleiben. Bis er schlafen geht. Oder uns findet. Aber ich höre immer noch Schritte. Wir werden wieder angestupst. Wenn man in einem Aufnahme-Channel ist, Leute. Dann will ich nicht... Will ich nicht angestupst werden. Ich bin im Aufnahme-Channel. Das muss man doch wissen, oder, Leute? Sagt mir das mal. Er ist da, er ist da! Jetzt hat er uns gefunden, hä? Hey, wake up! Und wir werden, ähm... Wieder angestupst. Mit Komm mal hoch. Nein, ich bleibe immer noch in meinem Aufnahme-Channel, denn ich nehme auf! Philipp, wenn du dieses Video siehst... Danke, du versaust gerade zwischendurch mal die Aufnahme. Bitte hör nächstes Mal auf, wenn man in diesem Channel ist. Ey, Mann, was will der denn alles von uns, dieser Typ hier drauf? Er war noch nicht hier drinnen. Jetzt war das Gute da dran. Wie lange müssen wir denn noch hier drinnen aushalten, dass der Pisser uns das bekommt? Komm, wir bringen das nicht ab. Okay. Also, er sucht noch, was los ist. Es ist intelligent, hier oben drinnen zu bleiben, in diesem kleinen Kleiderschrank. Ist das nicht schön? Das ist ein Känguru, oder was war das gerade eben da unten? Ich bin gerade am Überlegen, Mann. Egal was... Oh, was ist das denn? Was bist du denn für eine Missgeburt, Mann? So, Leute, ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Ich entschuldige mich dafür, dass mich Philipp angestupst hat. Wir sehen uns. Haut rein, Leute. Ciao. Lasst ein Like da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Oder ein Abo, dass ihr keine Folge mehr von irgendwelchen anderen Videos verpasst. Für die Leute, haut rein. Ciao. Ciao.